Dann sind wir nämlich in so einen Kreisverkehr rein. Die ersten drei Runden waren auch kein Problem. Aber nach der Ehrenrunde, nach der Temporunde, ich hab's kommen sehen. Für mich war's klar. Und in der achten Runde war's soweit. Da hatten wir uns verfahren. Jedenfalls wieder drin im Kreisverkehr und dann ist ja jeder schlauer als der andere. Dann sagt der eine, wir müssen da lang, da lang, da lang. Und ich war als einziger noch so, geistesgegenwärtig, ich hab gesagt, halt, nein, das bringt jetzt gar nichts. Wir müssen die acht Runden zurückfahren. Dann kommen wir ja an der Stelle raus, wo's reingeht.